Willkommen auf dem YouTube-Channel der A&M. Heute möchte ich dir das Thema Mindset ein bisschen näher bringen. Man hört es immer wieder und überall. Alles ist voll Mindset. Aber was ist überhaupt gemeint? Was wollen die Leute uns damit sagen? Was ist das Mindset? Du brauchst ein positives Mindset. Du brauchst ein Gewinner-Mindset. Du brauchst ein Mindset, das dich nach vorne bringt. Hast du nicht das Mindset, dich weiterzuentwickeln? Dein Unternehmen voranzutreiben? Dann werden deine Mitarbeiter dir nicht folgen. Du musst ein Vorbild für deine Mitarbeiter sein. Du musst sie motivieren, jeden Tag, tagtäglich. Egal in welcher Instanz der Firma, musst du denen klar zeigen, wir können noch besser, zum Beispiel. Das Mindset ist ausschlaggebend für jede Situation in deiner Arbeit. Hast du erstmal ein Verlierer-Mindset drin, dann wirst du dich auch nicht weiterentwickeln. Klassische Situationen, die wir immer wieder im tagtäglichen Geschäft erleben mit unseren Kunden, wenn der Chef schon sagt, ja, ohne mich geht das nicht. Das ist ja schon ein Mindset, das du letztendlich dir selber auferlegt hast. Ohne mich geht nichts. Wie soll es dann überhaupt gehen ohne dich? Du brauchst dieses Mindset, ich muss mein Unternehmen voranbringen. Das Unternehmen muss unabhängig sein von mir. Hast du dieses Mindset erstmal aufgesetzt, dann schaffst du es auch. Wenn du an eine Aufgabe gehst und dir sagst, das schaffe ich eh nicht, dann schaffst du es auch nicht. Wenn du das Mindset mitbringst, positiv zu sein, mit dem Ziel, ich schaffe alles, dann schaffst du auch mehr. Das ist sogar wissenschaftlich bewiesen. Wenn du voranschreitest, dein Team immer wieder positiv beeinflusst und das Mindset mitgibst, dann werden das kleine Klone von dir. Das heißt, du kannst das Mindset auch transportieren. Ist zwar nicht so leicht, aber versuch es mal. Versuch mal diese Gewinnermentalität, die du jeden Tag vielleicht zur Arbeit mitbringst, auch an deine Mitarbeiter auch zu sourcen. Lass sie auch Teil des Unternehmens werden. Lass sie mitwachsen. Gib ihnen das Mindset mit, wir können alles schaffen. Wir machen das Unternehmen besser. Tagtäglich. Wenn du jeden Tag dir gewisse Ziele gibst und auch vielleicht auch über Quartale, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Wenn du allein schon dieses Mindset dir setzt, wir können dann und dann da sein, dann und dann das schaffen, dann wirst du auch leichter an die Aufgaben gehen und du wirst mehr Erfolg haben. Je mehr du dir eine Brücke setzt oder einen Schleier vor deine Augen setzt, dir selber vormachst, dass das zu schwer ist und dass das nicht geht. Dann wird es auch so sein. Versuch, was zu verändern. Versuch, dieses positive Mindset auf das Unternehmen anzuwenden. Jeden Tag nach vorne zu kommen. Letztendlich ist es halt so, hast du deine Mitarbeiter vielleicht beeinflusst durch dieses Mindset, durch diese positive Energie, dann arbeiten sie besser. Sie wollen auch diese Gewinnermentalität. Sie wollen auch aufsteigen. Sie wollen ja auch da irgendwo hin, wo du bist. Und dieses Mindset macht letztendlich dann auch dein Unternehmen besser, die Gewinnmargen besser, den Erfolg besser, aber auch die Harmonie im Unternehmen besser. Wenn alle erfolgshungrig sind, vor allem im Vertrieb zum Beispiel, dann wird das einen sehr, sehr positiven Effekt auf deine ganze Firma haben. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein besseres Mindset geben, dass du jetzt tagtäglich besser, positiver, erfolgreicher, umgieriger in den Tag startest. Denn so wirst du dein Unternehmen vorantreiben. Ja, danke fürs Zuhören und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Lass ein Like da. Bis zum nächsten Video.